Wie von Flügeln getragen Ein getaucht in ein Meer von Lieben Zur Freiheit berufen Im Glauben, den immer berufen Ich darf euch einen lieben Freund vorstellen, Pfarrer Willi Huber aus München, der uns ermutigen wird in seiner Predigt, einfach diese Hingabe zu lehnen, dieses Vertrauen auf Gott zu haben und auch diese Bereitschaft von Sünde loszulassen. Ich kenne den Willi schon ganz lang, als Jugendlichen schon. Und habe einfach immer bewundert, wie gradlinig er seinen Weg hinter Jesus hergegangen ist. Er hat den Ruf Jesu gehört zum Priestertum, ist Priester geworden, hat den Ruf gehört, eine Gemeinschaft zu gründen und das mit Pfarreiarbeit zu verbinden. Also Willi, da warst du mir echt, er hat mich immer begeistert. In den Märtyrer-Tod hatte ich der Herr noch nicht gerufen, aber schauen wir mal, was noch kommt. Aber sag uns doch einmal, wie das geht, den Herrn nachzufolgen mit ganzem Herzen. Ich freue mich, dass ich hier reden darf, liebe Schwestern und Brüder, und ich möchte einfach zuerst erzählen, was im letzten Jahr für mich das bewegendste Ereignis war. Ich durfte dabei sein beim Abschluss des Priesterjahres in Rom, zu dem Papst Benedikt eingeladen hatte und am Tag vor es losging mit all den Tausenden, war ein Treffen, das war auch nicht klein, aber nicht ganz so groß, in der Lateran Basilika, also in der Hauptkirche vom Papst, zu dem die charismatische Erneuerung eingeladen hatte, zu dem Ikris eingeladen hatte. Es war ein Tag mit Gebet um den Heiligen Geist, mit tollen Vorträgen vom Bischof Gregg, von vielen anderen. Und dieser Tag, der hat mich so ergriffen, dass ich erst mal schon Mittag zu Hause in unserer Wohngemeinschaft angerufen habe und gesagt habe, schaut, dass ihr euch das alle irgendwie auf Internet mit anschaut, das ist einfach so super. Beim Anstehen in der Schlange zum Mittagessen habe ich irgendwie gedacht, ich spüre den Heiligen Geist. Und am Abend saß ich dann in meinem Hotelzimmer und ich habe nur mal anrufen müssen zu Hause und ich habe gesagt, eigentlich reicht es mir schon, ich kann wieder heimfliegen. Das war so dicht und an dem Tag habe ich was neu und tiefer wieder verstanden, mein Platz in der katholischen Kirche ist die charismatische Erneuerung. Genau, das war da, in dieser Lateranbasilika, Luftballons in der Kirche vom Papst und freudiger Lobpreis und gerade auf dem Hintergrund von dem, was wir heute früh gehört haben, dass manche immer noch sagen, die charismatische Erneuerung ist eine Sekte, das war das Gegenteil. Die charismatische Erneuerung ist im Herzen der Kirche angekommen. Den Jordan überschreiten steht da überall. Wohin wollen wir denn den Jordan überschreiten? Das ist jetzt die nächste Folie. Die Worte, die Jesus seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt mitgegeben hat und die jetzt diese Tage bis Pfingsten bestimmen, ich glaube, die zeigen auch das Ziel, das gelobte Land, das Gott für uns hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Das ist das Erste. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Ich glaube, diese zwei Sachen, die gehören untrennbar zusammen. Nur den Heiligen Geist zu empfangen, ohne loszuziehen, das ist Egoismus, das ist Jagd nach Erfahrungen, das ist Jagd nach Gefühlen. Nur loszuziehen, um für Jesus zu arbeiten, das ist in kürzester Zeit ausbrennen und nichts bewegen. Die zwei Sachen gehören zusammen, so wie auf der Herfahrt mit unserem Bus haben wir Rast gemacht an einer Haltestelle und da standen, ich glaube, 50 oder 100 von diesen Trucks. Da gibt es die Vorderteile, die haben, glaube ich, so 1000 PS oder vielleicht mehr oder weniger. Da gibt es die Vorderteile und die Hinterteile, wo die Sachen drin sind. So ein Vorderteil mit 1000 PS, das nützt nichts, wenn hinten nichts drinnen ist oder nichts dran hängt. Dann ist es nur Spaß und Selbstvergnügen für den Fahrer. So einen Anhänger mit weiß nicht wie vielen Tonnen Ladung zu bewegen, ohne dass da vorne PS sind, geht gar nichts. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich glaube, Jesus fragt mich und euch heute Abend, wollt ihr beides? Wollt ihr beides? Wollt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wollt ihr brennen für mich? Wollt ihr mein Feuer in euch tragen und wollt ihr auch losgehen? Meine Zeugen sein. An dem Platz, wo ich euch hingestellt habe und wo es vielleicht unbequem ist, meine Zeugen zu sein oder auch dort, wo ich euch hinschicken werde. Und es kann sein, es ist nach Uganda oder bis an die Grenzen der Erde. Wollt ihr das? Den Jordan überschreiten, das heißt auch bereit sein. Jesus, ich bin bereit, in dieses Land zu ziehen, das du mir zeigen wirst, auch wenn ich es noch nicht kenne. Und ich glaube, unsere Situation ist ähnlich mit der vom Joshua. Und darum ist das, was Gott uns heute sagen will, glaube ich, das Ähnliche und das Gleiche, was Gott dem Joshua gezeigt hat und dem Volk, als sie am Ufer des Jordan gestanden sind. Sei mutig und stark und achte genau darauf, dass du dich ganz nach der, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nach links davon ab, damit du Erfolg hast in allem, was du unternimmst. Kurz, vertrau auf mich und lass dich von mir führen. Das am Jordan stehen ist ein bisschen auch meine Situation. Ich weiß seit ungefähr einem halben Jahr, dass ich im Herbst eine neue Pfarrei, nicht nur eine, nehmt zwei, dass ich zwei Pfarreien leiten soll ab Herbst und es beginnt was Neues. Als ich diese Nachricht sicher gewusst habe, habe ich es per E-Mail in unserer Gemeinschaft rundherum geschickt und halt zu allen weitererzählt. Ein Ehepaar sind auch da, die haben am nächsten Tag geantwortet und sie haben mir geschrieben, dass sie gebetet haben für mich und dann haben sie geschrieben, ein Abschied ist nie leicht, aber wir haben für dich gebetet und vertrauen darauf, dass Gott dich und unsere Gemeinschaft führt zum Segen für viele Menschen. uns ist eine Bibelstelle eingefallen, vielleicht sagt sie dir etwas und dann haben sie Joshua Kapitel 1, die Verse 2 bis 7 abgetippt gehabt und ich habe es gelesen und zuerst fängt es an, nimm ein das Land, das Gott dir gibt, das hat mich berührt und dann kam diese Stelle im siebten Vers, die hat mich am meisten berührt, weich nicht nach rechts und nach links ab, damit du in allem Erfolg hast, was du unternimmst. für mich hat sich das verbunden mit einem Bild, das ich mal erzählt bekommen habe, dass wie so eine Leuchtspur legt Gott uns den Weg, zeigt uns den Weg und wir müssen nur dieser Leuchtspur folgen, die uns führt und es geht darum, nicht nach links und nicht nach rechts von dieser Spur abzuweichen. Das Gesetz, das Gott uns gibt, ist nicht zuerst, zumindest nicht für uns im Neuen Bund, im Neuen Testament, ist nicht zuerst Paragrafen und Regeln, sondern schon der Prophet Jeremia sagt, ich lege mein Gesetz in sie hinein. Es geht um die lebendige Führung von Jesus, der wir folgen sollen und wenn wir ihr folgen, dann brauchen wir keine Angst haben vor dem, was kommt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus, aber mit mir werdet ihr alles erreichen. Und wenn wir als CE in das neue Land ziehen wollen und ziehen sollen, dann geht es darum, dass wir uns heute entscheiden, Jesus, ich folge deiner Führung und ich will meine Pläne loslassen und mich auf deine Pläne ausrichten. Und ich finde das schwierig, immer wieder. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung, damit uns das gelingt, Jesus zu folgen und nicht abzuweichen, eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir uns immer wieder entscheiden, Jesus den ersten Platz im Leben zu geben. Ich glaube, ganz viele hier haben diese Entscheidung schon getroffen. Es ist trotzdem wichtig, immer wieder neu dazu zurückzukehren. Ich möchte ganz kurz erzählen, wie es bei mir zum ersten Mal so richtig existenziell war. eigentlich habe ich Mathematik und Informatik studiert und eigentlich wollte ich entweder Lehrer sein und möglichst viele Ferien haben oder in der Wirtschaft möglichst viel Geld verdienen. Das waren so meine Ziele. Und heiraten wollte ich auch, das war klar. Dann war ich in Mayingen bei einem Glaubenskurs mit dem Pater Kosmas Laumanns, der damals noch gelebt hat. Und er hat gesagt, man kann nicht einfach so in den Glauben reinwachsen. Man muss sich irgendwann mal ganz bewusst entscheiden, dass Jesus den ersten Platz hat. Und irgendwie hat er einen Nerv in mir getroffen. Und ich habe gesagt, was spinnt der? Ich bin immer schon Ministrant. Ich bin immer schon in der Kirche. Was will der noch von mir? Und ich habe mich zutiefst aufgeregt und bin auch nicht sehr versöhnt von der Wegfahren. Ich war damals in der Gebetsgruppe und ich habe gemerkt, wir singen immer solche Lieder. Ich gebe dir mein Leben. Du bist Herr. Und in der nächsten Zeit habe ich gespürt, ich singe diese Lieder nicht ehrlich. Sondern ich singe sie nur wegen der Melodie. Und dann habe ich ein Frühjahr lang gebetet, Jesus, ich möchte diese Lieder auch mal ehrlich singen. Ich möchte auch mal ehrlich sagen können, dass du mein Herr bist. Und es hat eine ganze Zeit gedauert. Und dann war Pfingstsamstag vor 22 Jahren in unserer Kirche, in meiner Heimat, gab es eine Eucharistiefeier und danach Gelegenheit, sich zu segnen zu lassen. Und das mache ich nur ganz kurz. Da hat Gott mich einfach so berührt und ich musste weinen, dass Gott so unwichtig ist in meinem Leben. Und ab dem nächsten Tag habe ich mich gefunden, diese Lieder ehrlich zu singen. Und ich habe einen Unterschied gemerkt. Ich habe gemerkt, ab da konnte Jesus anfangen, mich zu führen. Vorher war immer ein Filter in meinem Kopf. Wenn mich jemand gefragt hätte, willst du Pfarrer werden? Haben mich viele gefragt, habe ich immer gesagt, nein, kommt gar nicht in Frage. Dann war auf einmal die Frage, dass er mir es gezeigt hat, ist nochmal ganz eine andere Geschichte. Für mich und ich glaube für uns alle ist es wichtig, immer wieder zu dieser Grundentscheidung zurückzukehren. Jesus, du hast den ersten Platz in meinem Leben. Und dir will ich folgen, du darfst mich führen, wo immer du mich hinführen willst. Als Katholiken feiern wir diese Grundentscheidung in jeder Osternacht, wenn wir unser Taufversprechen erneuern. Und ich finde, man sieht es auch beim Joshua. Der Joshua war dabei in der Wüste, als Mose stellvertretend für Gott mit dem Volk den Bund geschlossen hat. Da waren sie am Sinai gestanden und Mose hat sie erst mal erinnert. Er erinnert euch auf Adlerflügel habe ich euch oder hat der Herr euch hierher getragen. Und dann fragt er, wollt ihr tun, was der Herr von euch will? und alle sagen, wie aus einer Stimme, was der Herr will, das wollen wir tun. Wir wollen dem Herrn folgen. Und dann erklärt der Mose nochmal alles, was sie tun sollen, die zehn Gebote und viele andere. Dann fragt er nochmal, ob sie alles tun wollen, was der Herr sagt. Und nochmal sagen sie, ja, wir wollen das. Und dann nimmt er Blut von dem Opfertier und teilt es gerecht, die Hälfte für den Herrn auf den Altar und die andere Hälfte spritzt er wie wir heute das Weihwasser über die Leute. Und sie wissen, wir gehören zusammen. Wir sind verbunden. Gott ist unser Gott. Wir leben für ihn. Alles, was er sagt, wollen wir tun. Und er sorgt für uns. Wir können ihm vertrauen. Und als Joshua an diesem Fluss steht, vor ihm das Land, da erinnert Gott ihn an diesen Bund. Weich nicht nach rechts und nach links ab von dem, was mein Knecht Mose dir gesagt hat. Und uns erinnert er, lass dich von mir führen und vertrau mir. Wenn man das Taufversprechen ganz kurz zusammenfasst, dann ist es einfach, wieder sagst du den Bösen, wieder sagst du den Verlockungen des Bösen, wieder sagst du dem Satan, dem Urheber des Bösens. Und dann dreht man sich gleichsam um, schaut weg vom Bösen, schaut hin zu Gott und sagt, Vater im Himmel, auf dich setze ich mein Vertrauen. Jesus Christus, an dich glaube ich, du bist mein Herr. Ich glaube an Jesus Christus, meinen Herrn. Heiliger Geist, aus deiner Kraft will ich leben. Dir vertraue ich. Das ist unser Taufversprechen. Und wir laden euch nachher ein, dass wir unser Taufversprechen erneuern. dass wir sagen, ja, ich widersage allen Gedanken, allen Taten und allem, was nicht im Willen des Herrn ist, weil ich mich von ihm führen lassen will und weil er den ersten Platz hat in meinem Leben. Und dann sage ich ihm und ich vertraue dir, du bist der lebendige Gott, der mich führt, der mich unendlich liebt, der Pläne des Heils und des Segens hat für mich und dir will ich folgen und niemandem sonst. Und dann werden wir das Weihwasser über uns aussprengen und das erinnert uns, wir gehören zusammen, Gott und wir und er erfüllt uns mit dem Heiligen Geist und er wäscht uns und reinigt uns von allem, was schlecht ist und was nicht gut ist. Und wer will, kann dann natürlich beichten danach oder morgen. Beichten ist auch einfach ein ganz kostbares und großes Geschenk, das der Herr uns macht. Mich hat es einfach auf dem Weg hierher schon berührt. Als wir am Donnerstag in der Wohngemeinschaft noch miteinander Laudes gebetet haben in der Früh, war auf einmal das Thema Beichte in meinem Herzen. Und ich wusste, wenn ich hierher komme, muss ich erstmal beichten. Erstmal hat dann nicht geklappt, aber heute Nachmittag. Und es war gut und es ist wichtig. Und ich glaube, der Herr lädt euch ein, auch diese Gnade der Beichte anzunehmen und dann aus ganzem Herzen Ja zu sagen oder umgekehrt. Das ist ganz egal. Ich möchte jetzt sieben Punkte machen, die dieses Taufversprechen ein bisschen mit Fleisch füllen, konkretisieren. Man könnte auch andere sieben Punkte machen. Ich habe einfach die rausgenommen, damit wir dann wissen, wo wir Nein und wo wir Ja sagen können. und vielleicht fällt euch noch was anderes und mehr ein, wozu Gott euch heute einlädt. Das Erste, ich habe schon davon geredet, meine Pläne. Ich glaube, der Herr lädt uns ein, dass wir unsere eigenen Pläne loslassen und dass wir sagen, Herr, ich vertraue auf deine Pläne. Ich widersage meinem Eigensinn. Ich widersage meiner Versuchung zur Unentbehrlichkeit, wo ich denke, das muss ich machen und das muss ich machen und ich frage gar nicht, willst du das, Herr? Ich entscheide mich dafür, zu lernen, mit Gott zu leben und in allem auf ihn zu hören. Ich bin auch ein Fan von dem Pater Cantalamessa, von dem gestern die Patty erzählt hat und er schreibt, wie das gehen kann. in allem auf Gott zu hören und seine Pläne. Er hat gesagt, es geht darum, dass vor jeder Entscheidung, vor allem, was ich tue, dass ich immer kurz Jesus frage, Jesus, was willst du? Und dann sagt er, dann fällt meistens kein Zettel vom Himmel. Also ich würde mir das immer wünschen, diese Zettel, ihr vielleicht auch, aber meistens fällt kein Zettel runter. Aber wenn ich Jesus immer wieder bitte, gebe ich ihm erstens die Gelegenheit, Zettel zu werfen. Ich lade ihn ein dazu, mir Zeichen zu geben und manchmal tut er es. Und wenn er keinen Zettel wirft, dann ist die normale Weise, wie Gott mich führt, mein Verstand. Dann muss ich überlegen, nachdenken, was weiß ich aus der Bibel, was weiß ich von der Lehre der Kirche, was kommt raus, wenn ich für und wieder abwäge und dann bete ich nochmal und treffe meine Entscheidung und dann sagt der Pantalamessa, dann ist auch diese Entscheidung gehorsam gegen Jesus, weil ich wollte seinen Willen finden. Und es geht darum, dass unser ganzes Leben wie von so einem feinen, goldenen Gewebe durchwoben wird, immer wieder mit dieser Frage, Jesus, was willst du, dass wir in einem lebendigen Kontakt mit ihm sind. Jesus, ich widersage meinen eigenen Plänen und ich vertraue, dass deine Pläne mit mir die besten sind und ich will sie rausfinden, immer und ich will ihnen folgen. Das Zweite, unsere Menschenfurcht. Das, was uns oft hindert, Gottes Führung zu folgen, ist die Frage, was sagen denn die Leute, wenn ich anfange, jeden Tag in die Kirche zu gehen? Was sagen denn die Leute, wenn wir noch ein viertes Kind bekommen? Was sagen denn die Leute, wenn ich nicht mehr Vollzeit arbeite, damit ich mehr Zeit habe für das, was der Herr von mir will, damit ich mehr Zeit für meine Familie habe? Was sagen denn die Leute, wenn? Die Menschenfurcht war auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, dass das Volk Israel in das gelobte Land reingekommen ist. Die Kundschaft, da sind zurückgekommen und da sind Riesen. Und vor lauter Furcht verbreiten sie falsche Gerüchte und das Volk wird mutlos. Ich glaube, Jesus lädt uns ein, heute das zu sagen. Herr, ich widersage der Menschenfurcht. Herr, ich will nicht auf das schauen, was die Menschen von mir denken. Herr, ich vertraue dir. Auf dich will ich schauen. Du wirst mich führen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, hat Petrus nach Pfingsten ganz ohne Menschenfurcht vor dem Hohnrat gesagt. Ganz eng mit dieser Menschenfurcht hängt das Nächste zusammen. Sogar Riesen haben wir gesehen, ich habe schon gesagt, und sie verbreiteten falsche Gerüchte. Kleinglaube und negatives Reden des Anderen den Mut nimmt. Ich glaube, es besteht ein Zusammenhang zwischen meinem Vertrauen auf Gott und dem, wie ich rede. Muss das jetzt schon sein in unserer Diözese mit diesem Pfarrverbänden? Hätten wir doch noch fünf Jahre warten können, sagen die Leute zu mir. Dann wären sie jetzt noch da geblieben. Dann kann ich anfangen zu jammern und zu jammern und alles ist schlimm und die Bischöfe sind schlimm und die sollten das ganz anders machen. Dann ging es der Kirche viel besser. Aber das bringt mir nichts und das bringt den Leuten nichts. Und das ist auch nicht mein Glaube. Sondern mein Glaube ist, dass der Herr sagt, und ich will dir das Land geben, in das ich dich führen werde. Und ich glaube, für die Pfarrei, wo ich weggehe, hat der Herr ein gutes Land bereit. Und ich glaube, für jeden von uns hat der Herr ein gutes Land bereit. Und es ist die Frage, auf was schauen wir? Es gibt genug Grund zu jammern und zu meckern überall. Es gibt genug Grund, über die eigene Familie negativ zu reden. Es gibt genug Grund, hier über das Mittendrin irgendwas zu kritisieren, was nicht toll ist. Es gibt genug Grund, über die CE zu jammern, dass sie nicht mehr ist wie früher. und es gibt genug Grund, zu jammern über unsere Kirche. Aber wir sollen nicht jammern, sondern auf Jesus schauen, weil er ist derselbe, der Lebendige, heute. Und er ist jetzt da und er will uns jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllen und er will uns in das gelobte Land senden. Herr, ich widersage aller Negativität. Herr, ich will ein Mensch sein, der Mut macht, der positiv redet, der Glauben weckt auf dich und dein Handeln. Herr, ich vertraue auf dich. Der vierte Punkt hängt vielleicht auch mit Negativreden zusammen. Eigentlich redet man ja nicht schlecht über andere. Also ich bemühe mich zumindest, aber dann manchmal saß ich so mit Freunden beim Mittagessen zusammen und rede so über einen anderen Priester. Also er hatte mir auch mal ordentlich eine mitgegeben so. Und auf einmal sagt der Freund, du hast du dem noch nicht vergeben. Und ich habe was gelernt, dieser Zusammenhang, wie rede ich von anderen Menschen und habe ich in meinem Herzen vergeben. Und ich glaube, Jesus lädt uns ein, dass wir allen Groll, alle Bitterkeit, alles nicht vergebene zu ihm bringen. Im Vertrauen, dass das, was andere Menschen uns geschadet haben, uns nicht wirklich schaden kann, weil Jesus uns ja in das gelobte Land führt. Wer kann mein Leben kaputt machen, wenn Jesus das gelobte Land vor mir hat? Keiner. Und darum geht es darum zu sagen, Jesus, ich widersage allem Groll, aller Bitterkeit, aller Unversöhnlichkeit. Jesus, ich vertraue dir, heute neu, dass du für mich alles gut machst und deswegen will ich es wenigstens versuchen, mit deiner Kraft zu verzeihen, zu vergeben, zu vergessen, damit ich frei bin. Nächster Punkt. Ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, der da nicht kämpft mit diesem Punkt. Wer kämpft nicht mit dem Punkt zu wenig beten? Keiner. Also mir geht es immer so. Mein Vorsatz ist, meine Gebetszeit ist das Erste, was ich mache. Also ich bin jemand, der nicht ganz früh sehr wach ist. Da beten wir zwar lautes miteinander, das geht, aber dann muss ich erst irgendwas frühstücken, ein bisschen was arbeiten, auf Touren zu kommen, bevor ich meine stille Gebetszeit machen kann. Und mein Vorsatz ist, ich nehme die erste mögliche Zeit. Wenn ich zurückkomme von der Messe, dann ist meine Gebetszeit. Wenn ich zurückkomme von der Schule, wenn es in der ersten Stunde ist, dann ist meine Gebetszeit. Und ich merke, wenn ich nicht die erste mögliche Zeit nehme, sondern die zweite mögliche Zeit, weil ich vorher noch kurz ins Büro muss und das noch erledigen, dann wird es die dritte mögliche, die vierte und dann verschiebt sich es immer weiter. Und ich glaube, Jesus lädt uns ein, nimm die erste mögliche Zeit, weil, wenn du willst, dass er dich führt, wenn ich will, dass er mich führt, dann brauche ich die Zeit der Stille, wo ich seine Stimme hören kann. Wenn ich will, dass er mich den Weg durch dieses Land leitet, dann brauche ich das Hören auf ihn. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, Jesus, ich widersage allen falschen Prioritäten, allem verschieben. Jesus, und ich will der Zeit mit dir dem Gebet den ersten Platz einräumen. Jesus, ich will dem Gebet nichts vorziehen, weil ich weiß, nur wenn ich auf dich höre, dann schenkst du mir Segen. Noch ein Beispiel von mir. Oft denke ich, Mensch, und jetzt brauche ich noch eine Predigt und jetzt brauche ich das noch. Und oft ist die Erfahrung, wenn ich erst die Gebetszeit mache, dann erledigt sich irgendwas von selber. Die Idee für die Predigt kommt oder wie auch immer. Jesus segnet es, wenn wir dem Gebet den ersten Platz geben. Der sechste Punkt, das ist ein Thema, das hat unsere Kirche im letzten Jahr, glaube ich, tief in die Wüste geführt. Falschgelebte Sexualität. Sexualität ist eines der großen Geschenke von Gott. Und der Verzicht auf gelebte Intimität in der Ehelosigkeit ist auch ein Geschenk von Gott. Und ich glaube, nicht nur für Leute, die ehelos leben, ist es immer neu eine Herausforderung, meine Sexualität ganz auf Jesus auszurichten und sie nach seinen Geboten mit ihm und im Blick auf ihn zu leben. Und ich glaube, das Antizeugnis, nicht nur das Antizeugnis, das von dem tragischen Missbrauchsfällen herkommt, sondern das Antizeugnis, sondern das Antizeugnis von jeder Form von Sexualität, die wir als Christen und vor allem auch wir als Pfarrer nicht nach Gottes Plan leben, hindert uns als Kirche in das gelobte Land einzuziehen. Macht uns unglaubwürdig. Und ich glaube, wenn wir das wollen, dass wir glaubwürdig sind, dann lädt Jesus mich und uns alle ein. Herr, auch diesen Bereich unseres Lebens, den stellen wir ganz unter deine Herrschaft. Jesus, ich widersage aller gelebter Sexualität, die nicht deinem Willen entspricht. Jesus, ich widersage allen Versuchungen und Gedanken, die nicht von dir sind, die nicht der Reinheit und der Würde entsprechen, die du jedem Menschen geschenkt hast. Jesus, und ich entscheide mich heute neu für ein Leben in Heiligkeit, in Liebe, in Respekt und Ehrfurcht vor jedem Menschen und nach deinen Geboten. Und ich glaube, wir können heute diese Märtyrer aus Uganda bitten, dass sie für uns beten, dass das gelingt nicht nur für uns, sondern für unsere ganze Kirche um Erneuerung in diesem Bereich. Der letzte Punkt. Meine größte Sünde war, dass ich aufgehört habe, Gott zu vertrauen. Hat mir mal eine Frau gesagt, die tief in die Esoterik reingerutscht war, obwohl sie Christin war. Meine größte Sünde war, dass ich aufgehört habe, auf Gott zu vertrauen. Und wenn ich nicht mehr auf Gott vertraue, dann füllen andere Dinge diese Lücke. Und dann vertraue ich auf meinen Geldbeutel. Geld ist nicht das Wichtigste im Leben, aber es beruhigt ungemein. Irgendwie setze ich doch mehr Vertrauen auf das Bankkonto als auf Gott. Irgendwie hat sich da was verschoben. Dann setze ich auf einmal mehr Vertrauen auf meine Karriere als auf das Fragen, Herr, was willst du? Wie viel Zeit soll ich für dich investieren? Wie viele Kinder sollen wir kriegen? Dann denke ich, okay, ein bisschen mit diesen esoterischen Sachen, das geht schon. Ich vertraue nicht mehr ganz, dass Gott mir schon gibt, wenn ich bete, was gut ist. Ich bemächtige mich noch ein bisschen. Und Jesus sagt, sag nein dazu. Vertraue ganz auf mich und auf nichts sonst. Ich glaube, ihr könnt es alle selber überlegen. Wo sind meine Götter, die Jesus von seinem Thron stoßen, die bei mir den ersten Platz haben? Jesus möchte den ersten Platz haben und uns führen. Herr Jesus Christus, ich widersage allem, was in meinem Leben wichtiger ist als du, worauf ich mein Vertrauen baue. Jesus, und ich sage dir heute neu, dass ich auf dich vertraue und dass ich dich liebe. Kehrt um und lasst euch taufen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, sagt Petrus am Pfingsttag. Und für uns gilt heute diese gleiche Verheißung. Kehrt um, sagt neu, Jesus, du hast den ersten Platz, dir vertraue ich. Nützt die Gelegenheit zur Weichte. So öffnen wir unser Herz und Jesus kann Großes an uns tun und er kann uns in das gelobte Land führen. Ich möchte schließen mit einem Satz, den unser Bischof in München zu zitieren, wiegt immer wieder und wieder und wieder. Dieser Satz stammt von dem großen Pariser Kardinal Jean-Marie Lustiger und der hat gesagt, das Christentum in Europa steckt noch in den Kinderschuhen. Seine große Zeit liegt noch vor uns. Wer glaubt es? Super. Wir können es dann glauben, wenn wir auf Jesus schauen. Wir können es dann glauben, wenn wir auf seine Macht und Größe schauen. Weil was Gott tut, ist unendlich. Wir kriegen Zweifel, wenn wir auf uns schauen, auf die Probleme schauen. Es ist wie mit Petrus, der übers Wasser geht. Aber Gott wird Großes tun. Ich Untertitelung des ZDF, 2020